Der Polizist in diesem Fahrzeug muss gleich schnell reagieren. Ihnen kommt nämlich ein Geisterfahrer entgegen, der wahrscheinlich alkoholisiert ist. Es besteht die hohe Gefahr, dass wenn der Geisterfahrer es tatsächlich bis auf die Autobahn schafft, es zu vielen Toten und Verletzten kommen könnte. Deshalb muss er in jedem Fall gestoppt werden. Der Polizist riskiert in diesem Video sein eigenes Leben, um die Gesundheit und das Leben von anderen Menschen zu schützen. Er sucht die Kollision mit dem Fahrzeug und kann es so zum Stehen bringen. Wie durch ein Wunder wurde er dabei nicht verletzt.